Hallo und herzlich willkommen im Haus 6, heute bei Kaffee mit Professor Dr. Dirk Labudde. Ich bin die Tiffany und ich heiße Sie herzlich willkommen bei uns. Ja, von meiner Seite auch herzlich willkommen. Dann stellen Sie sich doch gerne mal einfach in drei Sätzen vor. Ja, ich bin seit 2009 an dieser Hochschule, zwar damals noch für Bioinformatik berufen, aber seit 2014 eben hauptamtlich für alle analoge oder allgemeine und digitale Forensik. Ich habe in einem Porträt über Sie gelesen, dass Sie öfters bei Kriminalfällen konzertiert werden, um die Ermittlungen zu unterstützen. Wie sieht die Spurensuche dabei aus? Womit fangen Sie an und wie muss man sich die Arbeit eines Forensikers vorstellen? Ja, jetzt muss man ein bisschen differenzieren. Also es gibt einmal die Tätigkeit, die wir nennen, wir machen Gutachten, dann kriegst du sozusagen das Asservat oder die Festplatte, das Handy oder irgendwas auch immer und dann arbeitest du ganz alleine nur mit diesem Asservat. Ja, also da musst du nicht Spuren, also in dem Sinne Spuren suchen an einem richtigen Tatort. Dann gibt es aber auch die schönen, also das Wort passt nicht richtig, aber die guten oder schönen Fälle, also wo wir Berater sind und da gehst du natürlich dann mit vor Ort und hilfst dann eben auch bei der analogen oder digitalen Spurensuche. Das heißt also, wir suchen Asservate, ja also von Rechnern angefangen bis irgendwelche Schriftstücke digital gesehen oder eben auch, ja also ob irgendwas im Boden vergraben, verbuddelt oder versenkt wurde. Sowas gibt es dann also auch. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie sich für den Beruf des Forensikers entschieden haben? Ja, also wenn ich jetzt interviewt werde, sage ich natürlich, ich habe mich lange darauf vorbereitet. Ich habe also Physik, dann medizinische Physik und Life Sciences gemacht, um das Grundlagenwissen zu haben, um Forensiker zu sein. Die Wahrheit ist, man braucht ein bisschen Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann kann man es eigentlich werden. Dann stellen Sie sich mal vor, Sie müssten einen Mord lösen. Welche drei Hilfsmittel wären für Sie dabei unerlässlich? In Deutschland darf ich sozusagen gar keine Morde lösen. Ja, also unser, unser Strafrecht, ja also gibt eigentlich vor, wer, also was ist Teil in einem Ermittlungsverfahren und dann bis zur Haupt, über die Hauptverhandlung bis hin zum eigentlichen Urteil und dann die weiteren Rechtsmittel. Aber wenn wir sozusagen Berater, ja sind, dann brauchen wir eigentlich, ja also vor allen Dingen viel Speicherplatz, Kaffee und gute Laune. Das wären sozusagen die drei Hauptmittel und dann geht es ja erst eh in die Analyse. Also sehr interessant. Das digitale Zeitalter kehrt ja schon länger in allen Lebensbereichen ein. Wie hat es Sie und Ihre Arbeit im Laufe Ihres Berufslebens beeinflusst? Also ja, also wir merken es ja auch und wir haben ja vor allen Dingen Gutachten wirklich im Bereich digitale Forensik. Ja, also wenn jemand seinen Rechner abgibt oder der uns gebracht wird oder das Smartphone oder irgendwelchen anderen Mobile Devices, dann ist es so, dass wir also digitale Spuren suchen. Also das, also auf der einen Seite, jeder hinterlässt digitale Daten und die, die fallrelevant sind, die bezeichnen wir mit dem Begriff digitale Spuren. Die müssen wir also auf dem System, ob es jetzt Windows-Rechner ist oder was auch immer, ja also die müssen gesucht werden, ja dann eingeordnet werden und dann sozusagen kommen sie zurück eigentlich zu denen, die wir als analoge Daten oder Spuren bezeichnen. Und dann kriegt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, was eigentlich in diesem Fall vor sich gegangen zu sein scheint. Ja und das Ziel oder das hohe Ziel eines Forensikers ist eigentlich eine Tatortrekonstruktion. Also wie ist etwas abgelaufen? Ja, also kann man diesen Ablauf dann mit mehreren Spuren hinterlegen, nachweisen. Das ist eigentlich unsere forensische Aufgabe. Sicher stellt sich die digitale Arbeitsweise auch vor Herausforderungen. In einem Bericht der Süddeutschen Zeitung wird beschrieben, wie Sie das erste Mal eine Computersimulation als Gutachter im Big Maple Leaf Prozess vor Gericht verwendet haben. Das war ja nicht ganz unumstritten, wie ich gelesen habe. Wie werden digitale Beweise denn mittlerweile vor Gericht so aufgefasst? Also es hat sich verbessert. Punkt Nummer eins. Warum wir immer über diese Goldmünze reden müssen, weiß ich ja auch nicht. Aber es war wichtig für uns. Ja, es ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vielleicht erhofft haben. Wobei hoffen ist sozusagen eh ein falscher Ratgeber. Aber es war das erste Mal, dass sozusagen so ein Verfahren überhaupt angewandt wurde. Ja, wir haben also in einem Video haben wir eine super Position, also so eine Überlagerung, ja also mit Tatverdächtigen vorgenommen und konnten sagen, also handelt es sich dabei um den Tatverdächtigen, ja oder nein. Dieses Match oder Mismatch, das ist auch nicht so trivial in der digitalen Welt. Also es hängt natürlich ab von der Qualität des Videos und so weiter. Aber was wir da eben nicht geschafft haben, ist die Leute mitzunehmen und die Methode hinreichend tief zu erklären. Also wir konnten das wissenschaftlich, aber eben vielleicht, wenn wir den Begriff nehmen, populärwissenschaftlich nicht. Und das führte eben zu diesen wahrgenommenen Spannungen da irgendwie in diesem Gerichtssaal. Aber am Ende sage ich dann immer, also es war für uns, also hat sehr, sehr wehgetan. Ja, also wenn man das mal so formuliert, aber es war unheimlich wichtig, dass wir da nochmal uns die Methode genauer angucken. Also wo waren wirklich die falschen Antworten auf möglicherweise richtige Fragen? Ja, und was müssen wir eigentlich oder mussten wir noch wissenschaftlich dazu tun? Ja, das haben wir jetzt gemacht in mehreren Projekten. Das ist ja auch schon wieder mehrere Jahre her. Ja, und jetzt sind wir so weit, dass wir eigentlich diese Methode A beherrschen, ja, also auch übertragbar beherrschen. Das war noch so ein wichtiger Punkt. Ja, und dass wir jetzt auch eine Art Statistik und wissenschaftliche Beweisführung denn eben auch zu dieser Methode haben. Also würden Sie gar nicht sagen, dass es noch so schwer ist, solche Dinge in der Beweisführung mit zu etablieren? Ne, sondern jetzt ist es so, wir hatten jetzt also mehrere Fälle in anderen Gerichtssälen, also von Chemnitz angefangen. Und da konnten wir eben von A bis Z auch diese Methode erläutern. Es bleibt, also im Gesetz steht standardisierte Methoden. Es bleibt eine nicht standardisierte Methode. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Und ob sie standardisiert werden kann, wir hoffen, wir geben uns Mühe. Aber es bleibt eben so eine nicht standardisierte und die muss man einfach besser einführen und dann klappt es eigentlich auch. Ja, das klingt doch gut. Ihre Erkenntnisse geben Sie hier an der Hochschule mit Weidersicher auch an Ihre Studierenden weiter. Wie ist die Auffassung der Studenten zu den neuen Techniken der digitalen Forensik? Ja, dieser Studiengang ist ja, weiß ich, 40, 60 oder müsste man jetzt genau nachrechnen. Also der ist schon digital. Ja, also das, also im Fokus steht vor allen Dingen auch digitale Spurensuche. Ja, und die, wir brauchen die, die allgemeine Forensik brauchen wir eigentlich um das Verständnis, das forensische Denken, die Herangehensweisen so aus der realen Welt in die digitale Welt zu überführen. Ja, und dann macht es so Klick bei den Studierenden und sagt, ah, das ist ja alles das Gleiche oder es ist übertragbar. Also wir können Analoge oder Analogien dazu aufstellen und sowas alles. Und dann, glaube ich, wird auch aus denen dann ein guter Forensiker, auch wenn er so 70 Prozent vielleicht wirklich digital arbeitet. Aber wir müssen verstehen, dass eigentlich die Grundsätze, die wir da Lehren aus der analogen Welt eben übertragbar sind. Und wenn das dann wirklich Klick macht, dann sind sie eigentlich glücklich und zufrieden. Genau. Wie nah ist denn Ihre Arbeit an der fiktiven Realität, die in Film und Fernsehen so gezeigt wird? Ja, ich sage mal, spaßenshalber also, der normale Ermittler hat sonntags 20.15 Uhr eine Weiterbildungsnahme, Weiterbildungsmaßnahme. Er muss also Tatort gucken. Oftmals ist es so, also ein Film, das wissen sozusagen die, die die Medien machen, ja, also viel, viel besser als wir. Also er soll unterhaltsam sein, er soll eigentlich die Charaktere vorstellen und dann noch nebenbei irgendwie so ein Fall lösen. So funktioniert die Welt natürlich nicht. Ja, und es ist auch in 90 Minuten nicht lösbar und manchmal dauert es ganz lange und manchmal ist es eben auch unlösbar. Aber viele Sachen sind schon gut dargestellt, sagen wir es mal so. Ja, und die Realität ist aber meistens ein kleines bisschen anders. Das kann ich mir gut vorstellen. Haben Sie denn schon mal eine Szene gesehen, wo Sie gedacht haben, dass es besonders absurd dargestellt und also die Sie vielleicht, die Ihnen gleich einfällt und Sie beschreiben können? Ja, also es gab irgendwie, glaube ich, von CSI XYZ, ich weiß nicht mehr aus welcher CSI-Serie das war. Ja, so da hat man dann nachher, also aus der, aus den Reflexen im Auge konnte man dann nachher auf diesen Täter schließen und so. Das ist natürlich geistiger Unsinn. Ja, das lassen auch gar nicht die Informationen eigentlich, die man in solchen Reflexionen hat, irgendwie zu. Ja, oder irgendwie, dass man auf den Knopf drückt und dann werden Schwarz-Weiß-Bilder auch noch farbig. Ja, und dann entsteht irgendwie ein Kopf, wird dann gemodelt und dieser Kopf, dann gibt auch noch einen Treffer in irgendeiner Datenbank, ob es jetzt Beschuldigte oder Vermisste sind und so. Das ist alles wirklich Fiktion, aber die, die Techniken, die dahinter liegen, die haben wir ja. Ja, also wir haben ja wirklich, also super Resolution-Ansätze haben wir ja auch da, also um Bilder zu verbessern, zu entrauschen, ja, also auf die richtige Größe zu transformieren, die gibt es ja. Jetzt ist immer nur die Frage, also reicht das Ausgangsmaterial von der Qualität, ja, oder ist da eigentlich nur wirklich, also Rauschen deutlich erkennbar, ja, oder kriegt man dann wirklich mehr Informationen raus und dann muss man prüfen, also hat man was hineingerechnet, was nicht da sein kann, ja, wenn das der Fall ist, dann kann man natürlich auch diese Ergebnisse wieder weglegen. Ja, also wir können dann nur das eigentlich auswerten, dass was wirklich an Informationen, also auch an bildlicher Information irgendwo vorhanden ist und wenn die nicht da ist, dann ist es nicht, ja, also ich kann ja auch nicht durch Skimasken durchgucken oder durch irgendetwas, sondern ich kann nur das nehmen, was so eine Überwachungskamera zum Beispiel wirklich liefert und wenn ich dann keine Aussage machen kann, dann muss man einfach reinschreiben, es tut mir wirklich leid, ich kann keine Aussagen machen. Kann ich mir vorstellen, dass es da manchmal Sachen gibt, die ein bisschen absurd sind. Sie veröffentlichen ja am 29. 4. Ihr Buch mit dem Titel Digitale Forensik, die Zukunft der Verbrechensaufklärung. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Können Sie uns denn ein kleines Sneak Peek geben, was die Leser erwartet? Also wir haben viele Fälle gesammelt. Diese Fälle gehen sozusagen also auf Opfer, die 9000 Jahre alt sind. Also wir stellen nochmal sozusagen das vor, was wir mit Anthropologen aus Österreich gemacht haben, bis die Goldmünze ist mit dabei. Es sind Überfälle auf Tankstellen sind mit dabei. Und ich versuche eigentlich, oder mit der Journalistin zusammen versuchen wir, die Tat zu beschreiben und dann eigentlich wirklich, was wir technisch in der einen oder anderen Ecke da wirklich auch gemacht haben. Und dann gibt es ein bisschen auch Gefühle. Also wir hatten ja vorhin dieses Thema der Goldmünze. Wie habe ich mich dann nachgefühlt davor, während und eben auf der Rückfahrt? Das kommt dann auch, wie man auch so ein bisschen so den Gerichtssaal wahrnimmt oder auch das Verhältnis zu Ermittlern. Wie war es am Anfang? Was hat sich eigentlich zum Positiven verändert? Kann man sich jetzt sozusagen mit denen auch auf Augenhöhe bewegen oder gibt es immer noch das eine oder andere Nickliche da irgendwie zu beachten? Also das wäre so das Buch. Und wir versuchen das an den letzten Fällen, also die zum damaligen Zeitpunkt, also alle, wo wir das Gutachten abgegeben haben, die auch rechtskräftig die Urteile haben, an diesen Fällen versuchen wir das so ein bisschen darzustellen. Das klingt aber super interessant. Da bin ich schon gespannt. Ja, ich kann es noch nicht mehr lesen, weil ich es jetzt zweimal Korrektur lesen musste. Aber vielleicht gefällt es dem einen oder anderen trotzdem. Das denke ich schon. Wie lange haben Sie denn an dem Buch gesessen? Während der Pandemie. Ich glaube, wir haben also zu Beginn der Pandemie haben wir angefangen. Also die Journalisten, wir haben es auch noch nie persönlich gesehen. Ja, also immer wirklich nur über Zoom und andere digitale Medien. Haben uns dann ausgetauscht, haben dann sozusagen die Kapitel an und um und mitgeschrieben und dann gegengelesen bis zur Fertigstellung und so. Alles klar. Vielleicht hören ja auch einige zukünftige Studenten von Ihnen zu. Zumindest hoffe ich das. Was muss man denn mitbringen, um Forensiker zu werden? Und wem würden Sie einem Studium in diese Richtung empfehlen? Ja, also was man mitbringen muss, ist sozusagen wirklich diese kindliche Neugier. Obwohl das Wort kindlich im Sinne von ich hake nach, ich frage immer wieder nach diesem albernen Warum. Wer Kinder hat, weiß das. Dass man sich langsam wünscht und so, hör auf mit diesem Warum-Fragen. Ich habe es schon dreimal versucht zu antworten. Also dass das bleibt, dass man das Interesse an neuen Sachen nicht verliert. Also die ganze, auch was wir vorhin hatten, diese Digitalisierung ist nur zu lösen, wenn man ein bisschen an die Grenzen, die leicht überschreitet und guckt eigentlich aus einem Interesse heraus, was auch ein bisschen so mit Fantasie zusammenhängt, dass ich diese Sachen lösen kann. Und ansonsten Interesse an Naturwissenschaften, Informatik und ein bisschen der Glaube an das Recht. Haben Sie denn sonst noch vielleicht abschließend Worte, die Sie gerne mitgeben würden? Ich kann nur sagen, also Forensik ist eines der interessantesten Felder, die man sich vorstellen kann. Obwohl das natürlich auch manchmal mit Tränen, Schmerzen und irgendwas verbunden ist. Aber wenn Sie dann sehen, was Sie geleistet haben, dann fällt das alles irgendwie von Ihnen ab. Und es ist ein Beruf, also wenn man den ergreift, also nach dem Studium, der sehr erfüllend sein kann, aber eben auch sehr, sehr anstrengend. Dann freue ich mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns heute zu sprechen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ja, sehr, sehr gerne und vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.